Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat deinen Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück. Aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ich wusste immer, dass es dazu kommt. Nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt. Reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn da zu lassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann, keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben. All unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das, das war eine schlechte Idee. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Shocked, Assassin's Creed 3. Bei Abstergo sind wir drin. Puh. Ihr wisst, was das gerade gleich bedeutet. Voll das Pfund aus dem Maul. Ja. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Maul. Boah, pass mal auf. Das war gleich nicht hässlich. Wendigen Sie das Objekt, bitte. Hast du echt gedacht? Hässlich genug? Ich habe es schon mal gesagt, es wird richtig hässlich. Ach, da hinten entlang. Okay. Wow. Der geht schnell, der Fahrstuhl. Ich sehe, Sie haben absolut nichts gelernt seit die Rüstverdinger. Sie besteigen einen Aufzug mitten in feindlichem Territorium? Nein. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Security. Du musst den Rest des Weges klettern. Okay. Wer denn denn? Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Schon gut. Ich aber. Okay. Da hinten. Hm? Guck mal, wie die alle Schiss haben, diese kleinen Affen. Oh. Na ja. Okay, da lang. Glaub ich, oder? Nee. Doch da hinten lang? Hm. Ach, wo wir immer waren. Gib mir den Apfel. Wow. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich hab eine Pistole. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Ah, der Sticker-Attack. Es gibt noch mehr zu tun. Nein. Hau ab! Was zum Teufel war das? Okay. Was zum Teufel geht dauernd vor? Musch ihn doch hinterher? Hau ab! Genug ist genug, Mr. Miles. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schon und Ihre Erinnerungen weiterstudieren. Aber Sie sind den Ärger nicht wenig. Okay. Ich autorisiere hier mit den Einsatzschutzwaffen. Leg den Kern um und dann bring mir den Apfel. Also zu Ihnen jetzt hin. Ja! Oh, wir haben die Waffe uns geholt. Wittig's Büro liegt vor dir. Okay. Sie haben ihn ermordet. Daniel war wie ein Sohn für mich. Es war schrecklich, aber sehr viel schrecklich. Er hat so viel erreicht. War so viel und Sie haben ihn hier genommen. Uns genommen. Wie den Apfel. Wie Lucy. Wir wollen der Welt helfen. Er ist nicht wie für sich selbst schlecht. Aber Sie stehen immer weg. All unsere Arbeiten ruiniert. Sie sind fanat. Ihr alle. Und bitte, wenn Sie immer noch ein, wie Ihr werdet, wie möglich, der unser Werder als ist. Aber wir bereichern das Leben. Wir retten und verbessern es. Aber ihr. Ihr macht immer alles gut. Und nehmt, lasst euch nicht gönnen! Und nehmt, lasst euch nicht gönnen! Na? Hilf mich nicht. Ich lasse sie rein. Okay. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansagen. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Ja. Halt! Nein! Er kann das auch. Er kann den Apfel benutzen, nämlich. Ach, du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Ja. Den Apfel immer wieder mit. Der war so nah bei denen. Ach, ja. Ach. Nein. Ich töte keinen mehr. Genau. Ihr könnt alle fliehen. Ihr müsst nicht sterben. Nein. Ihr sollt nur sehen, wie kräftig dieser Apfel ist. Kein töten. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Na, selbstverständlich. Und zwar da hinten hoch. Und dann, wenn es soweit ist, werden wir auch mit den anderen reden. So. Okay. 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 Unterkälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde, Bodenschutz. Doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf das wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, um Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Oh. Oh. Sie musste ihren eigenen Mann töten. Das ist krass. Um alles nur Ja zu überleben. Äh. Ich probiere es einfach. Puh. Geschafft. Was ist das Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse? Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er, in seinem Feld zu starben. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen. Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eines, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Doch zum Verlassen, zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich. Was muss ich abzuwenden? Warte mal, sie schufen ein neues Gefäß. Das hier ist Juno. Die mit uns spricht. Das ist sie. Die ganze Maschinerie hier. Das alles, oder was? Das ist ihr ganzer Verstand, der hier drinnen steckt. Verstehe ich das richtig? Krasse Scheiße. Als wenn das so ist, dann ja. Dann ist es wirklich eine krasse Scheiße. Okay, das letzte Teil. So, die Brücke kommt rangefahren. Geil. Das Tor geht auf, oder? Nee, erst mal mit Schorn. Prägen. Oder? Oder? Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Ich habe etwas herumgestöbert. Wusstet ihr, dass hier unten Maschinen sind, die Mana herstellen? Zauberer Mana oder biblisches Mana? Was glaubst du denn? Biblisches natürlich. Die Griechen nennen es Ambrosia. Die Inder Amrita oder Soma. Die meisten Kulturen kennen göttliche Nahrung, obwohl es ganz und gar nicht so schmeckt. Du hast etwas aus einem 75.000 Jahre alten Automaten gegessen? Und ich habe es sogar überlebt. Also, wonach hat es geschmeckt? Pappe. Schmeckt wie Pappe. Keineswegs legendär. Ich frage mich, ob die erste Zivilisation andere Geschmacksrezeptoren hatte als wir. Vielleicht ist der Aromator kaputt. Aromator? Du kannst echt mit Worten umgehen, Rebecca. Da draußen wird es echt immer schlimmer. Wie meinst du das? In den letzten zwei Wochen gab es jeden Tag stärkere Sonneneruptionen. Ältere Satelliten fallen nach und nach aus. Es gibt Gerüchte, dass man die Crew der Internationalen Raumstation abziehen will. Und auf dem Boden wurde bereits damit begonnen, Kraftwerke und Trafostationen abzuschirmen. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Es geht um mehr als Stromausfälle. Wir haben gesehen, was tatsächlich passiert. Wie funktioniert das? Also, ich bin kein Physiker, aber es hat irgendwas mit dem Erdmagnetfeld zu tun. Die Flares und Masseausstöße stören es. Und das löst wohl seismische Aktivitäten aus. Ich habe versucht, Leute zu erreichen, die es wissen müssen, aber die sagen, das sei Quatsch. Und ich werfe es Ihnen nicht vor. Es klingt ja auch lächerlich. Ich wünschte, das wär's. Beenden wir die Sache mit Connor. Okay. Er hat nichts mehr zu sagen. Dann quatschen wir nochmal ein kleines... Ja, einen kleinen Plausch mit Papa. Wo ist denn jetzt der Vater schon wieder hin? Gedüst. Der Vater... Wo ist der denn jetzt schon wieder hingerannt? Der Vater. Ach, da oben. Mein Gott. Darfst du nicht wegrennen? Hallo? Hey. Glaubst du, wie Dix Tod wirft Abstergo zurück? Eher nicht. Klar, er war ein Pionier des Animus. Aber die haben die Technologie seit Jahrzehnten. Andere werden seinen Platz einnehmen. Und Cross? Er war eine tickende Zeitbombe. Ich bezweifle, dass sie um ihn trauern. Ich glaube, er war mehr ein Symbol als ein Aktivposten. Ach so. Hm. Es tut mir leid. Ich wollte deine Leistung nicht schmälern. Aber es erfordert mehr als ein paar Tote, um die Templer aufzuhalten. Ja, das ist klar. Hat ledig dich in den Animus gesteckt, als du bei Abstergo warst? Können sie deine Erinnerungen nicht bis hierher zurückverfolgen? Oh, sie haben es versucht. Ich habe es ihnen schwer gemacht. Man kann sich wehren, weißt du? Du kannst die Übertragung verschleiern oder dich einfach nicht bewegen. Die hätten schon bekommen, was sie wollten. Aber es hätte Wochen gedauert. Wittig hat mal gedroht, mich ins Koma zu versetzen. Dann wärst du zwar gefügig, aber wenn der Benutzer nicht mitmacht, ist alles durcheinander. Ich weiß, die arbeiten daran, Erinnerungen zu extrahieren und sie durchsuchen zu lassen. Vielleicht analysieren sie gerade meine. Vielleicht finden sie uns hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir durch diese Tür müssen. Ja, das war ich ja gleich. Also, wenn das alles vorbei ist, vorausgesetzt es geht gut. Naja, ich hatte gehofft, ich könnte nach Hause. Nichts wäre mir lieber. Wir haben es fast, Junge. Okay. Auf zum Letzten. Zu Rebecca. Hey Desmond, hat Subjekt 16 nicht. Sein Name war Clay. Sorry, hat Clay nicht gesagt, Washington wäre ein Templer? Nein, er deutete an, dass Washington Kontakt zu einem Edenapfel hatte. Alles andere ist nur Spekulation. Außerdem, dem Gemälde nach, auf das Clay sich bezog, war dieses Ereignis viel später in Washingtons Leben. Vielleicht war Connor gar nicht beteiligt. Das ist schwer zu sagen. Wir müssen warten und sehen, was passiert. Falls überhaupt was passiert. Okay. Wie war es, wieder bei Abstergo zu sein? Ich dachte nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Es ist gut, dass Cross diesen Zusammenbruch hatte. Wäre er nicht durchgedreht, wäre ich jetzt tot. Ich schätze, er hat sich nie ganz erholt. Wie meinst du das? Als er damals zu uns kam, zeigte er schon Symptome des Sicker-Effekts. Und zwar sehr stark. Es konnte jederzeit einfach so passieren, auch ohne den Animus. Er wurde auch manchmal gewalttätig. Hat viel Zeit und Therapien erfordert, aber wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle. Aber als er dann wieder zu Abstergo ging, wer weiß, was die ihm antaten. Ich habe immer noch Angst, dass mir das auch passiert. Er wuchs in einem Animus auf, Desmond. Es gibt Überstimulierung und es gibt Daniel. Armer Kerl. Überstimulierung. Wenn das alles vorbei ist, sollten wir irgendwo hin verreisen. Einen Urlaub als Siegesfeier. Ja, das klingt gut. Hör dich nur an, Italien, Brasilien und die USA. Alles in ein paar Wochen. Und du beschwerst dich, dass du nicht genug rauskommst. Im Ernst schon? Nein, nicht im Ernst. Bist du verrückt? Glaub mir, niemand braucht einen Urlaub mehr als ich, klar? Hast du die geringste Ahnung, wie schwer es ist, diese Datenbank-Einträge zu schreiben? Je eher wir hier fertig sind, desto eher geht es in den Urlaub. Okay, ja, ich habe schon verstanden. Ihr wollt alle, dass ich in den Animus steige. Ich gehe ja schon rein. Die Zielgerade, Desmond. Ich kann es fühlen. Okay. Das Kriegsglück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich least entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Okay. Okay. Connor? Er verlangt nach dir. Ach so. Okay. Er ist auch nicht mehr der Älteste. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Närren. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Ach, Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Conor, ich kam so schnell, wie ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Count de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß, was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Okay. Charles Lee wurde vielleicht entlassen, doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Kommander unterschätzt die Gefahr und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst, mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das vor. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen. Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Okay. Nochmal fix gucken. Nein, wir haben keine Siedlermission. Nur noch dort. Okay. Auf zum Schiff. Na gut. Hahaha. Wir machen folgendes. Bevor wir zum Schiff rennen. Ja. Und da zur nächsten Mission gehen. Werden wir folgendes machen. Wir werden jetzt uns voneinander verabschieden. Ja. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann sozusagen zum letzten Endsport rangeht. Ja. Und. Ja. Bis dahin euch noch einen schönen Abend. Und. Ciao, ciao erstmal. Mal. 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 Mal.